In diesem Video geht es um Karl Philipp Emanuel Bach. Ich erzähle dir vom Leben und von den wichtigsten Werken des Komponisten. Karl Philipp Emanuel Bach wurde 1714 in Weimar geboren. Er war das zweite Kind des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach. Musikalische Bildung war in seiner Familie sehr wichtig und er lernte von seinem Vater. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften entschied sich Karl Philipp Emanuel, Musiker zu werden. Seine erste wichtige Anstellung fand er am Hof von Friedrich II. in Berlin, wo er als Chamberlist arbeitete. Karl Philipp Emanuel Bach ist bekannt für seinen empfindsamen Stil, der die Musik der Klassik vorwegnahm. Er experimentierte mit Formen und Ausdrucksweisen und beeinflusste damit die Musik seiner Zeit erheblich. 1768 zog Bach nach Hamburg, wo er als Musikdirektor und Kantor tätig war. In dieser Zeit komponierte er viele seiner bekanntesten Werke, darunter Symphonien, Konzerte und geistliche Musik. Er ist vor allem für seine Tastenmusik bekannt, insbesondere seine Sonaten für Klavier und Cembalo. Diese Werke hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Klavierspiels und der Klavierkomposition. Neben seiner Tätigkeit als Komponist war Karl Philipp Emanuel auch ein einflussreicher Musiktheoretiker. Sein Essay über die wahre Art, das Klavier zu spielen, ist bis heute ein wichtiges Werk zur Interpretation der Tastenmusik. Puccinis Einfluss auf die Opernwelt ist bis heute spürbar. Seine Werke werden weltweit aufgeführt und haben viele nachfolgende Komponisten inspiriert. Er wird oft als einer der größten Opernkomponisten aller Zeiten angesehen. In seinen späten Jahren konzentrierte sich Bach vor allem auf geistliche Musik und hinterließ ein reiches Vermächtnis an Kantaten und Oratorien. Er starb 1781 in Hamburg. Karl Philipp Emanuel Bach gilt als einer der wichtigsten Komponisten der Übergangsperiode zwischen Barock und Klassik. Er brachte innovative Elemente in die Musik ein und legte den Grundstein für die klassische Ära.